Moin Leute, was geht? Mein Name ist YouTube Gamescom auf der Playstation 3 und heute ist der XX Donkamora XX bei mir. Und heute werden wir den Schaukelstunt wieder mal machen. Der Donkamora ist ein sehr guter PSN-Freund von mir, den kenne ich schon sehr sehr lange. Und das ist jetzt bestimmt schon 6 Monate, oder? Ich weiß gar nicht. Am besten werden wir uns jetzt erstmal ein Auto besorgen, weil wir wollen heute mal diesen ganz coolen Easter Egg benutzen. Oh, XX Donkamora XX. Oh, yeah, yeah. Mach mich nicht schlach hier, mach mich nicht schlach hier. Mit einem Buffalo greift er an. Mein Navigationssystem ist auch drin, alles da. Modern, modern. So, jetzt werden wir mal gleich gucken. Ich muss natürlich aufpassen, ich darf den Fallschirm nicht öffnen, weil wir haben hier keinen Fallschirm. So, XX Donkamora XX macht jetzt folgendes. Wenn ihr GTA 4 habt, könnt ihr zu dieser Schaukel fahren, ihr kennt die alle. Vorderstange hin, also Vorderrumpf des Autos und natürlich anvisieren. So, jetzt fliegt ihr weg, richtig weit. Und das ist es. So sieht es aus. Und ihr könnt die ganzen Gegner hier umfahren. Das Auto brennt natürlich danach. Und ich mache, aber es ist auf jeden Fall ein total Scham, Digga. Und ich denke einfach mal, wir sagen ciao, euer YouTube Gamescom und mein PSN-Freund, der Fahrer. Das war uns Buffalo XX Donkamora XX. Ciao, Leute. Bis dann. Und... Und... Vielen Dank.